Wir neigen dazu zu denken, dass unsere Seele in unserem Körper ist. Das ist aber eigentlich nicht korrekt. Dein Körper ist in deiner Seele. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Welt der Energie und möchte euch einen Einblick geben, wie Energiearbeit funktioniert. Ich möchte euch aber nicht einfach nur Theorie näher bringen, sondern dass ihr es selbst ausprobiert. Im Programm Dualität dreht sich alles darum, dass die Welt dual ist. Die meiste Zeit hören wir nur auf unseren Verstand. Es gibt allerdings auch eine ganz andere, eine energetische, spirituelle Welt. Egal welches Problem du hast, sei es Gesundheit, Beziehungen oder Karriere, der Grund, warum du nicht weiterkommst, ist nicht, weil du nicht die notwendigen Schritte in der physischen Welt dafür machst, sondern weil du nicht weißt, wie du die Energie richtig nutzen kannst. Die Leute sagen mir immer, oh, ich habe keine Intuition, ich kann mich nicht richtig darauf einlassen, ich kann nichts spüren. Ich antworte ihnen dann, nein, das stimmt so nicht. Es gibt einfach zu viel Lärm um dich herum, denn wir sind alle intuitiv, sind heiler. Sie sind ein Medium, das ist ein normaler Bestandteil des Menschen. Wie kann man Synchronicitäten beschleunigen, wie kann man besser materialisieren, wie kann man seine Intuition besser nutzen? Das Universum will dir alles an Reichtum, Liebe und Erfolg und alles, was du willst, geben. Die Frage ist nur, kannst du es annehmen? Dualität verändert deinen Platz in der Welt komplett und hat Einfluss auf alle Bereiche deines Lebens. Egal, was du in deinem Leben ändern willst, wenn du lernst, mit Energie zu arbeiten, wird alles viel einfacher und macht mehr Spaß. Es fühlt sich an wie, wow, ich lebe tatsächlich und genieße den Fluss der Dinge. Egal, was du in deinem Leben ändern willst, wenn du in deinem Leben ändern willst, wenn du in deinem Leben ändern willst, was du in deinem Leben ändern willst, wenn du in deinem Leben ändern willst, wenn du in deinem Leben ändern willst,